Hallo liebe Schützen, willkommen bei Schauen nach Tarot. Ich möchte heute gerne Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den Dezember 2024. Das schauen wir uns gerne gemeinsam an. Ja, zuvor möchte ich natürlich sehr gerne allen Schützen ein ganz liebes Happy Birthday ausrichten. Feiert schön eure Geburtstage, die jetzt demnächst anstehen und viel Erfolg und Liebe und Gottes Segen fürs nächste Lebensjahr. Ich habe hier Links-Karten für dich ausgelegt, lieber Schütze, und hier rechts für das Gegenüber. Das sind die Energien, die im Dezember auf dich zukommen möchten, in Form von einem oder mehrerer Menschen, in Form von einem oder mehrerer Themen. Rollen können natürlich auch vertauscht sein, für die, die immer wieder danach fragen in den Kommentaren. Ja, ist so, ich erwähne das nicht jedes Mal, sonst wird das Video ewig lange mit diesen ganzen Zusatzinformationen. Und ich habe ja selber Merkur in Schütze, Venus in Schütze. Mich nervt das, wenn das zu lange geht. Ja, ich beginne hier sehr gerne mit Orakelkarten, liebe Schützen. Hier der verlorene Kompass, 35, in Ganzheit zurückfinden. Ja, einige Schützen haben hier die letzten Monate so ihren Kompass verloren. Wo will ich eigentlich hin? Wer will ich sein? Mit wem will ich zusammen sein? Vieles überdacht, vieles beobachtet. Es geht jetzt darum, wieder den Fokus zu finden. Ja, und das werdet ihr tun, dass sie sich hier mit dem Hero fanden. Komme ich gleich dazu. Dann kommt hier das neue Leben, 39. Ja, ein neues Leben wartet auf euch natürlich. Ihr habt Geburtstag und damit fängt natürlich ein neues Geburtsjahr an. Ja, jedes Jahr, wenn wir Geburtstag haben, beginnen wir sozusagen ein astrologisches neues Lebensjahr. Ein neues Leben. Ja, und das soll sich gut anfühlen. Ja. Venus Uranus, Befreiung. Ich befreie mich aus Situationen, aus Beziehungen, Verbindungen, Arbeitsverträgen, die mich nur fesseln, die mich unterdrücken, die mich nicht vorwärts kommen lassen. Ich will frei sein. Ich will mich entfalten. Ja, Uranus Wassermann, jetzt der Pluto, der im November in den Wassermann reingeht, hat eine starke kollektive Energie, die uns alle dazu antreibt, dass wir viel stärker unsere Ketten sprengen. Dass wir endlich das tun, wofür wir hier sind, wofür wir geboren wurden. Ja. Dass wir nicht so stark darauf Acht geben, was will die Gesellschaft, was wollen unsere Eltern, was will der Partner, piepapo, Erwartungshaltung, Status Quo denken. Nein, es geht hier um diese komplette Befreiung. Und zur Not, ja, muss man auch Menschen hinter sich lassen. Wir sehen hier diese Frau, die hier auf diesem Kranich davonfliegt. Und hier unten, der Mann, der winkt ihr noch zum Abschied und sagt, hey, wo willst du hin? Und die flattert davon. Ja. Du flatterst in deinen neuen Palast, ja. Der goldene Palast. Meter 23, Quersumme 5, das ist hier der Hierophant. Du hast jetzt, ja, du bist auf dem Weg sozusagen, diesen Fokus zu kreieren, wie du hier in diesen goldenen Palast kommen kannst. Dieser goldene Palast, der ist hier auf diesem Hügel. Und der Hügel besteht aus lauter verwachsenen Bäumen, ja. Man kann da nicht so richtig hochklettern. Da führt auch kein Weg dahin. Man muss eigentlich da hinfliegen. Schau mal, ja, man erreicht das hier nur mit dem Flugzeug oder mit so einem Kranich, ja. Wenn man fliegen kann, wenn man sich das traut zu fliegen, kommt man an in diesem Goldpalast. Sehr schön. Hier war es für die Verliebten, die Liebenden, die Liebesbedürftigen, Herr und Deutsch. Eine Dorin Virtue, Engelorakelkarte. Das hattet ihr, glaube ich, auch im November. Es geht um Soulmate, ja, Seelenverwandtschaft, Seelenpartnergeschichten, für die, die sich dafür interessieren und daran glauben. Es ist wichtig, positive Affirmationen, positive Gedanken, ja, zu formieren, um den Seelenpartner zu sich zu rufen, zu sich zu ziehen. In Gedanken, in Wünschen, Hoffnungen, Meditationen. Und falls der schon da ist, aber momentan es irgendwie nicht so richtig gut läuft, dann ist das auch sehr hilfreich, ja. Sich da wirklich sehr viele positive Gedanken zu machen, das positiv zu manifestieren, dass das gut wird. Also es ist so eine kleine Warnung, dass man vielleicht auch negative Zweifel überbrücken sollte. Das würde dazu führen, dass man sich noch mehr entfernt, dass es nicht zueinander kommt. Was haben wir hier beim Tarot? Sechste Münzen und der Page der Schwerter. Lieber Schütze, ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit gab es einen gewissen Mangel bei dir, finanziell oder auch in Bezug auf den Beruf, in Bezug auf das Zwischenmenschliche. Es war etwas nicht im Balance, nicht im Gleichgewicht. Das hat dir überhaupt nicht gefallen. Und ich glaube, du hast dir so als Vorsatz gesagt, ab sofort muss das fair ablaufen oder gar nicht. Ja, und ich sehe hier auch tatsächlich, dass du gewisse Leute, gewisse Verbindungen hinter dir lässt. Das sind Verbindungen, die einfach nur von dir genommen haben, die dich vielleicht auch im Stich gelassen haben, die dich ausgenutzt haben. Und die willst du hinter dir lassen, damit die Waage langfristig auch im Balance bleibt, im Gleichgewicht bleibt. Du machst dir hier sehr viele Gedanken dazu mit dem Pagen der Schwerter. Gerade im Beruflichen recherchierst du oder erkundigst dich über andere Jobangebote, wie du vielleicht auch innerhalb des Unternehmens. den Posten wechseln könntest. Was könnte ich hier tun, um hier langfristig das zu bekommen, was mir zusteht. Sechste Münzen ist ja die kleine Gerechtigkeit. Die Königin der Kelche zeigt sich hier mit dem Kopf, also auf dem Kopf. Und dadurch, dass sie auf dem Kopf steht, guckt sie automatisch zum Hierophanten. Also hier aufrecht wäre, also in diesem Kontext, ja, ich opfere mich auf für die anderen, ich habe Verständnis für die anderen, ja, ich mache gerne Überstunden, ja, ich mache gerne hier für meinen Partner alles, was er sie will, was er braucht. Ich kümmere mich um jeden und alle, ja, ich zerfließe mit meiner Liebe für die anderen. Hier ist die Karte in dem Kontext umgekehrt gekommen. Du sagst, nee, nein, tue ich nicht. Ich brauche dieses alles für mich. Ich brauche meine Energie, meine Liebe für mich, weil ich habe hier große Ziele. Ich habe meinen Kompass wiedergefunden und hier mit dem Hierophanten sagst du, ich weiß, was ich will, was mir zusteht und das bekomme ich. Und die anderen, ja, die können dann zurückbleiben, wenn sie mir nicht das liefern, was ich erwarte. Da bist du irgendwo auch egoistisch, gesund egoistisch in dem Sinne, ja, weil du hast hier sehr konkrete Vorstellungen von deiner Zukunft, von deinem neuen Lebensjahr. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Wen haben wir hier? Vier der Schwerter erstmal. Jemand hat Probleme mit der Kommunikation in Bezug auf dich. Ja, wir sehen hier, die Kommunikation ist etwas schwierig. Hier ist der Page, hier sind vier Schwerter. Wenn es hier um Verbindungen geht, ja, wo es ein Gegenüber gibt, ist die Kommunikation, war die Kommunikation die letzten Wochen, Monate schwierig. Ja. Also, hier muss jemand etwas überdenken. Hier zieht sich jemand zurück, will über etwas nachdenken, über etwas sinnieren, muss hier heilen, ja. Hm, schwierig. Dann der König der Münzen, kann auch sehr langsam sein diesbezüglich. Eine langsame Energie, Erdenergie zeigt sich hier, muss aber nicht für ein Erdzeichen stehen. Also Erdzeichen wären hier Steinbock, Stierjungfrau. Ist hier sicherheitsliebend, braucht immer die gleichen Abläufe, bewegt sich nur langsam aus seiner Ehre-Komfortzone. Ja, die Bewegungen sind da sehr langsam. Und das könnte dich hier so ein bisschen nerven, weil der Schütze ist ein schnelles Sternzeichen. Schau mal, dein Gegenüber muss transformieren. Du hast hier schon den Hierophanten bei dir, dein Gegenüber ist erst auf dem Weg dahin. Ja. Bei der Todeskarte muss erstmal eine Transformation erfolgen. Es ist notwendig, hier gewisse Verhaltensweisen, Ideen, bestimmte Muster hinter sich zu lassen, vielleicht auch Ex-Partnerschaften zurückzulassen, damit abzuschließen, um hier wirklich dem Hierophanten guten Tag sagen zu können. Ja, da ist dieser Mensch noch auf dem Weg dahin, weil er ist halt auch sehr langsam hier mit diesem König der Münzen. Und dann kommen hier drei Stäbe. Jemand hat einen Plan, eine Vision. Jemand möchte dir vielleicht auch seinen, ihren Plan vorstellen, wie das zukünftig abzulaufen hat. Ja, das ist hier so ein sehr langsamer Entwicklungsprozess, aber dann kommt es hier in die Stabenergie. Ja, da will ich gleich mal klären, was dieser Mensch dir hier vorschlagen möchte. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Sechste Münzen und das Gericht. Ja, das ist ja die innere Stimme, die innere Offenbarung, ja, die einen so anschreit. Es ist einem so dermaßen bewusst, dass man keine Lust mehr hat, irgendwo rein zu investieren, wo nicht gleichwertig was zurückkommt. Du sagst, damit ist Schluss. Du sagst, damit ist Schluss, ich habe da keine Lust mehr drauf. Genau dieses Verhalten, dieses Modell hat mich dazu gebracht, dass ich meinen Kompass verloren habe. Ich habe mich selbst verloren. Hier, schau mal, danach folgt hier einer Sternschnuppe, erinnert mich an die Sternkarte, an die Wunscherfüllung. Du folgst hier unbeirrt und unbekümmert deinen Weg. Und du willst nicht mehr Rücksicht auf andere nehmen, was andere wollen, was andere von dir erwarten. Es ist dir egal. Ja, die Königin der Kelche umgekehrt und der König der Kelche mit dem Rücken. Was dich selbst angeht, da bist du mit dir voll im Reinen, habe ich das Gefühl. Du lässt die anderen aber nicht so stark blicken, was in dir vorgeht. Es ist dir eigentlich auch egal. Weil du kümmerst dich um dich selbst. Hier ist der offene König mit offenen Armen, er empfängt, hier zeigt er den kalten Rücken. Diese vier Karten, das ist extrem stark. Das ist extrem starke Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt, wo du niemandem eine Rechenschaft schuldig bist. Warum, weshalb, wieso. Der Hierophant, das erste Münzen. Du hast hier definitiv etwas Neues vor. Du hast ja schon diese Münze in der Hand. Du hast da schon etwas, ein Ziel, ein Fokus, ein Angebot. Eine Möglichkeit, wo du eigentlich dir sicher sein kannst, dass es etwas Solides ist. Das, was du da neu starten möchtest. Das ist auch immer Neustartenergie. Etwas Neues fängt an hier mit dem ersten Münzen. Du hast es bereits entweder aus dir selbst kreiert oder es wurde dir von außen geschenkt. Aber im Dezember hast du es in der Hand. Und es ist etwas unglaublich Stabiles, Wertvolles. Also für die, die es schon wirklich in der Hand halten, es ist total richtig. Da bist du auf dem richtigen Weg, lieber Schütze. Ohne Wenn und Aber. Ja, was ist hier mit deinem Gegenüber? Das sieht hier ein bisschen schlecht aus. Ich glaube, jetzt ist dein Gegenüber dabei, den Kompass zu verlieren. Die Kontrolle zu verlieren. Tatsächlich. Dieses Schweigen, diese schlechte Kommunikation, dieses Grübeln, Nachdenken, alles persönlich nehmen. Ja, vor den vier Schwertern gab es ja drei der Schwerter. Irgendwie ist hier dein Gegenüber verletzt, fühlt sich nicht so richtig respektiert, gewürdigt. Also irgendwas hat hier dein Gegenüber zum Schweigen gebracht, zum Stillstand gebracht, mundtot gemacht von mir aus. Oder dieser Mensch sollte sich mal wirklich zurücknehmen und nachdenken. Vielleicht sagst du ja, nein, nein, es ist gar nicht so. Dieser Mensch hält sich gar nicht zurück. Dieser Mensch nervt total. Und es wäre angebracht, dass dieser Mensch mal darüber nachdenkt, was er sie sagt. Weil hier mit diesem umgedrehten Turm sehe ich zwar dieses sich zurückziehen, vielleicht auch Gespräche verweigern, aber gleichzeitig nicht reflektieren. Warum, weshalb, wieso? Dieser Mensch, also vier der Schwerter ist eigentlich eine Heilungskarte. Ich ziehe mich zurück, ich lege mich hin, ich mache mir Gedanken über alles, ich wäge alles ab und komme dann zu einem Entschluss. So, und hier liegt jemand herum, kommt aber nicht zu der richtigen Einsicht. Kommt hier nicht zu einer richtigen Entscheidung, kommt hier nicht zu einer Heilung, schafft das nicht. Ich denke nach, aber ich komme zu keinem Ergebnis. Oder kennt ihr diesen Spruch? Jemand redet die ganze Zeit, sagt aber gar nichts. Könnte auch hier für sowas stehen, ja. Ständig irgendwas reden, aber nichts sagen. Nichts Vernünftiges hier rüberbringen. Wir sehen hier eine komplette Blockade. Der König der Münzen mit dem Ritter der Münzen ist so, ich bleibe hier stehen, ich bleibe hier sitzen, ich bewege mich keinen Zentimeter vorwärts. Stur, langsam. Der Turm muss eigentlich fallen. Der Turm ist ja umgekehrt gekommen. Eigentlich muss hier irgendein Konstrukt zusammenfallen. Das heißt hier irgendwie eine Wahrheit sich öffnen. Eine Wahrheit verstehen. Eine Information begreifen. Etwas akzeptieren. Etwas ausgleichen. Kommt hier nicht. Sturheit total. Drei der Stiebe, drei der Kelche. Ich habe den Eindruck, dein Gegenüber sagt, ich muss erstmal mit dem Schützen auf emotionaler Ebene mich verständigen. Ich brauche da eine emotionale Basis. Ich brauche eine Versöhnung mit dem Schützen, bevor ich hier meine Pläne mit dem Schützen weiter offenbaren kann. Ich habe das Gefühl, dass das Gegenüber nicht das bekommt von dir, weil du kehrst hier den Rücken und du sagst emotional, nee, kriegst du von mir nichts mehr. Ich zeige dir nicht meine Gefühle. Ich werde mich hier nicht emotionell entblößen, nur weil du das hier brauchst für deine Transformation. Mach ich nicht. Und dann, öh, schon wieder vierer Schwerter. Jemand will hier etwas von dir, was du nicht geben möchtest und das bringt das Gegenüber schon wieder in die Defensive. Man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ja, wir haben hier zwei Dreierkarten. Für einige kann das hier auch eine Dreierkonstellation sein oder eine Einmischung von außen, die sich hier negativ auswirkt. Der Tod und drei der Kelche. Vielleicht muss jemand auch jemanden hier rausschneiden, ja, aus dem Fotoalbum. Todeskarte. Loslassen, drei der Kelche. Der König der Münzen ist auch manchmal verheiratet, ja, wenn das hier was Privates ist. Jemand ist hier verheiratet und schafft das hier aber nicht, eine Trennung zu vollziehen. Erzählt immer, ja, ja, ich werde mich scheiden lassen, tut das dann aber doch nicht. Auch im Beruflichen kann auch ein Chef sein, der König der Münzen, der aber von dir erwartet, dass du dich emotionell öffnest. Der will hier irgendeine emotionale Ebene mit dir haben, die er von dir offensichtlich nicht bekommt und deswegen ist hier die Blockade. Hier ist so ein Aufflackern mit drei der Stäbe, aber dann wieder dieses sich wieder zurückziehen, wieder nichts dazu sagen, das nicht richtig erklären, das nicht so vernünftig kommunizieren. Du sagst dann wahrscheinlich, es ist mir doch egal, ich mache hier mein Ding. Was soll's? Ich warte doch nicht hier auf dich. Du bist mir viel zu langsam, du bist mir viel zu lahm. Wie geht es hier weiter? Wie geht es hier weiter? Ja, lieber Schütze, wunderbar. Nochmals hier der König der Kelche. Diesmal zeigt sich der König auch von vorne. Das heißt, du gehst zukünftig in die Offensive, was deine Wünsche, was deine Bedürfnisse sind. Du hältst da nicht mehr vor den Berg, du hältst es nicht mehr geheim. Du kommunizierst das offen. Und hier sechs der Stäbe, Erfolgskarte pur. Purer Erfolg, ja. Guck mal hier. Du machst dich auf den Weg zum goldenen Palast, siegessicher. Ja, du lässt dich nicht mehr aufhalten. Hier danach und sechs der Stäbe. Ich hole mir, was ich will, was mir zusteht. Sieben der Kelche. Ich habe so viele Möglichkeiten. Ich habe so viele Chancen, so viele Angebote. Ich könnte so vieles machen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und hier acht der Stäbe. Ganz hohes Tempo. Und sehr schön diese Spalte auch. Hierophant, Aste, Münzen und acht der Stäbe. Also es geht dann richtig schnell vorwärts. Wir haben den Hierophanten, das ist Stierzeit. Vielleicht im Frühling, so um den Frühling herum. Wirst du, denke ich mal, dort ankommen, wo du sein möchtest. Lieber Schütze. Ja. Dein gegenüber. Ich weiß nicht, was das hier ist, was beruflich ist oder was privates. Wir haben schon wieder einen Turm. Schau mal hier. Das ist der Ritter der Kelche und das ist schon eine liebliche Karte. Ja, ich komme zu dir. Ich werbe um dich. Ich mache dir ein paar schöne Komplimente. Ja. Nette Gesten in deine Richtung. Ich komme, um dich zu holen. Aber schon wieder dieser Turm. Dieser Mensch will dich in einem Turm festhalten. Guck mal, hier ist auch der Turm. Und die Karte ist ja umgekehrt gekommen. Der Turm, der Turm, dieser Mensch mischte nicht, dass dieser Turm fällt. Irgendwas ist hier toxisch. Irgendwas ist hier so langsam, so schleifend. Und dieser Mensch will diesen Zustand irgendwo nicht beenden. Du sollst hier weiterhin eingekerkert in diesem Turm festsetzen und warten, bis hier mal so ein Ritter vorbeikommt, der dir mal einen Kelch da unten vor die Nase hält. Ja, aber also aus Distanz. Turm ist auch immer so Distanz. Wenn du da oben bist und du bist da eingeschlossen, da bin ich ja in Sicherheit, weil ich kann hier unten machen, was ich will. Und du musst immer auf mich warten. Und das alles so eingebettet in so eine Höflichkeit, so eine Freundlichkeit, so ein Hingeplätscher ist das irgendwo. Und hier unter diesen zwei Münzkarten, hier diese drei Schwerter umgekehrt. Weißt du, worüber dieser Mensch sich Gedanken macht? Über seine, ihre fiktiven Verletzungen. Drei der Schwerter umgekehrt. Jemand fühlt oder fühlte sich von dir irgendwo verletzt, boykottiert, dass du was Falsches gesagt, gemacht hast. Ja, Schütze war frech, Schütze hat mich nicht gut behandelt, hat mich nicht beachtet, pipapo. Aber die Karte ist umgekehrt gekommen. Stimmt gar nicht. Es ist nur in dieser Fantasie dieses Menschen. Oder dieser Mensch projiziert eigene, vergangene Erfahrungen auf dich. Weil die Ex der Ex mal so und so geschaut hat, weil der Ex irgendwie die und die Frisur hatte. Ja, der hatte Locken, du hast auch Locken und deswegen sind alle Menschen mit Locken irgendwie toxisch. So seltsame Fantasien sind das, die nichts mit dir zu tun haben. Und ich sehe hier weiterhin, dass dieser Mensch es nicht schafft, diese Transformation zu vollziehen, damit ihr beide hier mit dem Hierophanten in eine neue Zukunft gehen könnt. Der Wunsch ist schon irgendwo da. Drei, drei, drei. Also beeiligen Sie sich hier wirklich in einer Dreierkonstellation, dass da jemand immer wieder dazwischen pfuscht. Und hier das Ganze blockiert. Hm. Kann auch sein, wenn es um die Liebe geht, dass hier jemand noch in einer Beziehung feststeckt. Und diese Beziehung ist schlecht. Diese Beziehung hat hier Wunden hinterlassen, Narben hinterlassen. Und deswegen, ja, sitzt man hier stur auf diesem Pferd und bewegt sich keinen Zentimeter weiter. Ja, hier auch die Hörner auf diesem Helm. Für diese Sturheit, dieses Sturische. Nein, ich bleibe hier stehen, ich gehe hier nicht weiter. Besser, du bleibst im Turm, da bin ich ja in Sicherheit. Da kommst du mir ja nicht zu nahe. Aber das Ding ist, dass du hier deinen Weg machst, ja, das ist dir jetzt egal. Darauf achtest du hier nicht mehr in der Zukunft. Du hast hier so viele Optionen, Möglichkeiten. Dein Gegenüber wird hier irgendwann in gehängten Status kommen. Wird sich hier selber in die Blockade manövrieren. Weil einfach hier die Fähigkeit oder die Einsicht fehlt, sich zu bewegen. Es fehlt hier die Bewegung in deine Richtung. Und schau mal, was hier Interessantes kommt. Und wir haben ja hier das erste Münzen. Und hier haben wir auch eine Münze. Und der Page zeigt ja auch neue Gelegenheiten, neue Chancen an. Und das sind Chancen, die wertvoll sind. Ja, das ist ein Neubeginn, ein Neustart, der sich fruchtbar, effizient, langfristig und auch stabil entfalten wird. Und hier im Hintergrund ist eine Sandburg. Ja, die ist aus Sand. Ja, wir haben hier diesen Turm. Das ist so ein bisschen wie Burg, Turm, ja. Ja, und hier haben wir auch so ein Türmchen. Aber dieses Türmchen, das ist, das sind sogar drei Türme ineinander, sehe ich gerade. Drei Türme ineinander. Aber es ist aus Sand. Und diese Türmchen hier, die kann man locker einreißen. Ja, da kann man nur einmal mit dem Fuß da reinkicken und dann ist das weg. Also dieser Mensch wird hier nicht diese Türme aus Ziegelstein bauen, um dich auf Abstand zu halten, um sich selber in Sicherheit zu wiegen. Dieser Mensch sagt, ja, ich habe hier eine Sandburg gebaut aus Spaß, weil ich Lust darauf habe. Aber wenn du magst, kannst du die sofort einreißen. Der Rücken ist auch zu der Burg. Die Frau hat hier den Rücken zu der Burg gekehrt. Und halte diese Münze für dich bereit. Ja, liebe Schützen. Ich hoffe, ihr konntet hier was für euch mitnehmen. Ich werde noch zur Mitte des Monats eine Legung einstellen, von Mitte bis Ende Dezember. Falls ihr da nicht mehr dabei seid, wünsche ich euch natürlich schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und natürlich ganz tolle Geburtstage, ja. Macht's gut. Ciao.